Es ist nicht so, als ob das Ding schwer ist, aber ich habe gerade nicht die Geduld, wenn ich mich eigentlich mit dem Boss beschäftigen will, mich mit der blöden Passage auseinanderzusetzen. Es hat immer... Oh ja, warte, oh ja, warte, oh ja, oh, 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 hast nicht gewartet. Ist nervt. Oh, what the fuck? Das macht es jetzt echt nicht spannend, ja? Ähnlicher Shit. Leben? Danke. Aber trotzdem failstädt. Fuck the shit. Die Stage hält einfach nur auf. Komm, schieß dein scheiß Gubbel, kristallisiertes Sperma oder was auch immer es ist Ne, das ist Gravity Hold So, was war der? Obwohl ich meine, hier könnte ich immer noch die Tanks farmen Hmmmmmmmm Hmmmmmm Mm-mm. Ich habe zwei Varianten, wie ich Damage kriegen kann. Erstens hier, aber das ist meiner Meinung nach ungefähr, weil ich lande quasi direkt auf dem Vieh. Man kann quasi nichts tun. Das ist so ein typischer Cheap-Mega-Main-Shit. Da kommt die Staton hier. Wollte heute noch fertig werden. Oh mein Gott, ey. Oh, guck mal, es lag nicht. Ich treffe den Boss plötzlich wieder. Jetzt hör doch auf, deine scheiß Kack-Kugeln zu machen. Ich schwöre, man. Oh. Nein. Nein. Geht doch. Jetzt, wo ich einen State gemacht habe. Jetzt, wo ich einen fucking Safe State gemacht habe. So, einfach auf das Safe-State. Okay, die nächste Scheiß-Stage war Napalmman, ne? Oh, das war die, die am Anfang so einfach war mit den Tigern, ne? Oh, das ist die I call Peter-Stage und mein Gott, einen kleinen Moment. Meine Güte, Mann. Jetzt habe ich aber so langsam die Schnauze voll von Internet an Bildern und überhaupt. Wer war es der Dritte, der dieses Jahr schon angerufen hat und fragen wollte? Hey, möchten Sie nicht Ihre Internetleitung wechseln? Langsam reicht's. Ich habe doch Internet, funktioniert doch. Warum soll ich denn ein neues Internet wollen? Wtf. Ja, wir bieten Ihnen auch 10 MBit Upload. Ja, was will ich damit? Auf Twitch kann ich eh noch mit. 4, glaube ich. 4.500 kann man, glaube ich, inzwischen streamen. Es ist immer noch genug, um die mehr YouTube-Videos hochzuladen ohne Probleme und Battlefield zu spüren oder was auch immer. Oh Mann. So, bis... Ach ja, hier war der versteckte E-Tank. Gut. Ach, warum hab ich... Ach du Scheiße. Ach Quatsch, das ist dieselben Dinger wie eben. Die kann ich schon von hier killen. Oh, aber euch gab's noch. Okay. Hier kommt noch einer. I remember this. Wo ist er? Ich wollte ihn beten. Shit. Ich kann mich auch von allen treffen gerade. Okay. Da ist er. Hab ich ihn überhaupt... Fuck das, fuck das, fuck das, fuck das, fuck das. Okay. Energie. Falsche Energie. Mäh. Okay, der lustige Part. Okay. Okay. Da ist ein N. Ich möchte kein N. Ich suche ein G. Ich hätte gerne ein G. Du kannst ja nicht hochspringen, mein Freund. Oh mein Gott. Das laggt. Okay. Äh. Okay. Die Ställe sah brutaler aus, als sie eigentlich war. Never mind. Fucking Rockets. Grinsen dabei noch so dämlich. Was soll das eigentlich darstellen? Sind das irgendwie so, 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 so Frauen Rockets? So mit Boobs und überhaupt? Ich meine, guckt ihr euch mal an. Die sehen so ein bisschen so aus, oder? Also so ein bisschen. Hm. 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 Okay. Okay. Whey. Was haben wir denn hier? Immer drei Rockets, dann Sprung. Und du hast Explosionen, die den Screen laggen. Okay, okay, okay. Drei Rockets, Sprung und die Granaten. Alles klar. Hm. Das war dumm. Alter. Springst du immer auf meinen Punkt? Zwei. Drei. Drei. Ich hasse Kuschelbosse, Mann. Und Mega Man hat so viele Kuschelbosse. Ich verstehe nicht genau, warum. Ich hätte ein State machen wollen. Die Strategie ist gut. Ha. Okay. Goddum. Napalm-Bomb. Okay. Gyro. Du-du-du-du-du-du. Ach so, das war die Stage. Hm, 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 hm. Ich muss einfach nur in Ruhe spielen. Ich muss einfach nur in Ruhe spielen. Nicht hektisch oder irgendwas. Einfach mit Ruhe und Frieden. Dann ist der Shit hier überhaupt gar kein Problem. Hm, 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 hm. Außer natürlich, das sind die Scheiß-Teile. Ach so, ja, hier ist wieder das erste Treffen mit Hähnchen, Mann. Eigentlich kann ich bei ihm hier voll farmen, ne? Also so ein bisschen. Äh, das nehme ich in Kauf. Ist doch okay. Ah, das ist dumm, damit respawne ich den einen nur. So, hepp. 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 Okay. Mein Gott. So langsam habe ich den Dreh raus. So ganz langsam. Hier war egal, wo ich lang gehe. Ich wollte Sliden spielen. Ich wollte Sliden. Ach ja, hier ist wieder der Part. Okay. Alles. Nice and easy. Wat? Der Stachel war doch noch einen halben Kilometer entfernt von mir. Okay. Das war interessant. Okay. Oder ich mache es einfach so. Okay. Natürlich auch. Okay. Fuck. You can't hit me. Aha. Schieß. Dankeschön. Okay. Hm, 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 hm. So, Herr Gyro. Ich muss mir noch irgendeine... Okay, okay, okay. Okay. Hm, 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 hm. Okay, 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 okay. Alter, er droppt so schnell runter. Go, 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 go. Okay. So. Ja, wenn ich mich umdrehe, kriege ich das nicht geschissen mit. Vecchio, okay. Sind alle machbar. Ich muss einfach nur nicht Shit spielen. Aber aus irgendeinem Grund fühlen sich die ganzen Waffen, die ich bekomme, vollkommen nutzlos an, weil ich für alles den Megapasta benutze. Okay, Waveman hatte den nervigen Shit mit der Autoswaller-Passage, ne? Wir nehmen, glaube ich, Chargeman zuerst. Okay. Achso, hier waren die lustigen V-Tools Wow, okay Warum springe ich da in den Schuss rein? Wollte eigentlich sliden, aber das Springen hat erstaunlich gut funktioniert gerade Achja, wieder MacChicken Easy peasy, Maus ist tot Die andere Maus auch Achja, hier stehen bleiben So Nächstes Chicken Okay, noch eins Ne, noch ne Maus Noch ne Maus Noch ein Chicken Ah, das klingt, als ob ich hier durch den Zoo laufen würde Ich vermisse aber immer noch das G Okay Okay, schießen und dann springen Außer bei denen Schießen und springen Was machst du nicht? Und dann springen Okay So Chargy Warum bist du so kuschelig? Ich sollte aufhören Mein Schuss Chargen zu wollen Wenn ich es auch einfach so machen kann Ich glaube, ich kriege den hin Ich mag das nicht, wenn er so nah an mir dran steht Ohne Witz Wo ist mein Schuss hin? Das Spiel steuert sich anders, wenn du chargst Ich schwöre Das Spiel steuert sich anders, wenn du chargst Holy shit Warum? Oh shit Ich bin so dumm Oh, ich dachte, ich habe ein State gemacht Oh mein Gott Ich bin so dämlich Okay Ich bin so ultra dämlich I'm sorry Oh mein Gott Ja komm Nochmal Das regt mich gerade auf Ganz ruhig Ist nicht schwer, Neo Ist nicht schwer Er macht seinen Schuss Du springst da drüber Springst über den Schuss Der Ewigkeit in der Luft schwebt Ich bin so dumm Ich bin so dumm Ich bin so dumm Ich bin so dumm Warum muss ich nochmal Poste machen, Mann? Warum bin ich so dumm? Könntest du nicht vielleicht noch schneller droppen, sodass man gar nicht mehr auf dich reagieren kann? Wäre voll cool Mach's ja nicht jetzt schon, ne? F*** dich, danke schön Nein, dann machen wir halt alles nochmal Obwohl war ja nur das und die Stage, ne? Ja, war nur die Stage, ist okay Ah, okay Die nicht schwere Stage Aber der eigentliche Gegner in den Stage sind ja auch die komischen Mitholds Wie ist das Gefühl? Dieses Spiel haben die Mitholds sehr viel Liebe gekriegt, man Ich meine, die kleinen Mitholds Verdreifachen sich einfach Die hier sind einfach total overpowered Nein, nicht ganz overpowered, aber manchmal ist es schwer, den zu dodgen Aha Aha Sonst, wenn man auf die zuläuft Den da musste ich gerade dispawnen, ob ich wollte oder nicht Alter Ich lass mich halt nur von denen treffen So, Chicken Maus Maus Chicken Warum, warum ich hier nicht in Ruhe stehen konnte? Maus Chicken So Einfach mal durch den Leck durchgebissen Okay 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 Hm-hm-hm-hm-hm Hm-hm-hm-hm Hm-hm-hm Da 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 Muss jetzt hier nicht noch ein Chicken kommen? Ich weiß nicht warum, aber diese Heulballen, die hier rumliegen, sind für mich in meinem Kopf immer automatisch Oh, hier kommt ein Chicken Okay I'm fine with this So, jetzt hier ist Dayton Dankeschön So, das funktioniert nicht, weil er immer charged Ich hasse ihn gerade Ja, genau deswegen hasse ich ihn Er wartet quasi immer, bis ich in die Ecke gehe Pass auf, wenn ich jetzt über ihn durchspringen wollte, würde er das machen Boah Ja, komm, König Okay Okay